In diesem Video werden wir die Random Skin Challenge machen. An alle Leute, die nicht wissen, wie die Challenge funktioniert, ich werde es euch gleich erklären, denn wir gehen in unseren Spind rein. Wir haben hier ganze 98 Skins, das ist richtig viel, Freunde. Wir werden gleich hier auf Zufall klicken und dann auf Ausrüsten. Wenn wir zum Beispiel einen gewöhnlichen, ungewöhnlichen Skin bekommen, dann dürfen wir nur grüne Waffen einsammeln. Wenn wir einen seltenen Skin bekommen, nur blaue Waffen und so weiter und so fort. Zum Beispiel episch nur lilane Waffen und so weiter und so fort, Freunde. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen, vielleicht können wir hier auf diesem Video die 50 Likes knacken. Wenn wir das schaffen, habt ihr euer ganz Leben lang Glück. Und jetzt, los geht's in die Runde. So Leute, wir sind jetzt gerade im Bus, ich bin richtig gespannt, was wir für einen Skin haben. Wir springen gleich raus, let's go! Oh mein Gott! Wie viel Glück wir haben. Ich habe gerade vergessen, wie der Skin heißt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie der Skin heißt. Aber das sind nur grüne Waffen, denn das ist ein gewöhnlicher Skin, meine Freunde. Oh mein Gott, hatten wir gerade Glück gehabt. Wie viel Glück, Alter. Ich hätte gesagt, wir landen hier bei diesem Haus, weil ich möchte am Anfang nicht so viel Stress. Weil, Freunde, das ist ein Jackpot. Wie gesagt, hier liegen diese Kleinigkeiten, dürfen wir einsammeln. Gerne grüne Waffe, bitte eine grüne Waffe. Ah, unsere erste grüne Waffe. Wir müssen mit dieser Waffe aufpassen, denn sie kann sich in andere Farben verwandeln. Oh mein Gott! Wartet mal, Freunde! Nein! Nein! Eine goldene Waffe, die dürfen wir leider nicht einsammeln. Aber egal. Nicht so schlimm. Wir haben ja richtig gute Waffen für den Anfang. Wir gehen gleich sofort pushen, hätte ich gesagt. Wie gesagt, mit der Pump müssen wir aufpassen, weil die verwandelt sich in andere Waffen. Also andere Farben. Deswegen müssen wir gleich richtig aufpassen, wenn wir Kills machen. Ich habe Angst, dass wir gleich die größten Sweater kriegen. Ich muss einen Kill jetzt gerade am Anfang machen. Das wäre ein guter Starter. Oh, ich sehe da eine grüne Waffe. Die sammen wir auch gleich ein. Noch eine grüne Waffe! Jackpot! Eine grüne Hammer! Okay, wenn wir jetzt sterben, wäre das ein bisschen blöd. Hier lag doch irgendwo noch eine grüne Waffe. Warte mal, bin ich gerade lost? Ah, da ist... Let's go! Oh mein Gott, wir haben jetzt den besten Anfangs-Loot. Was meint ihr zu dem Loot? Ich finde, das ist ein richtig guter Loot. Wir nehmen mein Auto und gehen einfach zu den Gegnern. Okay, da sind die, da sind die. Lol. Was ist mit denen los? Oh, erster Kill, erster Kill! Wichtig! Ich weiß nicht... Oh, ich weiß nicht, was der sich gerade gedacht hat. Das ist meine erste Runde für heute. Mein Gott. Let's go! Zurück in die Lobby mit dir. Okay. Oh mein Gott. Nee, das sind jetzt nicht so gute Waffen, hätte ich gesagt. Ich bleib bei den Waffen. Truhe! Ich möchte eine grüne Waffe haben. Oh mein Gott! Danke, Truhe, für die grüne Waffe, aber... Diese grüne Waffe ist nicht so gut, deswegen nehm ich sie nicht mit. Leute, Leute, Leute. War, war das... Hä? Hier waren doch safe noch mehr Gegner. Schade. Oh, oh, oh. Von wo kommt der? Oh, 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 oh. Warte, das ist, glaube ich, schon der zweite relativ OG-Skin. Nee, John Wick ist doch OG, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gerade komplett lost. Aber let's go, unser... Nächster Kill. Zappler nehmen wir mit. Oh, da sind noch mehr Gegner. Entweder ich bin gerade komplett lost. Oder... Fortnite ist lost. Hehe. Oh, oh, da sind Southpacks. Southpacks dürfen wir zum Glück... Äh... Kaputt machen. Weil das Healing ist. Southpack Nummer 3. Brr. Bitte, eine grüne Waffe. Eine gute grüne Waffe. Lol. Die ist zwar gut, aber wir haben die schon. Oh mein Gott. Ich glaube, Fortnite hört uns gerade. Wir haben so viel Glück in der Runde. Oh. Wir müssen voll sein. Wir müssen full sein, meine ich. Da sind Gegner. Aber wir müssen erstmal in die Zone. In die Zone. Mhm. So, Leute, guckt euch das an. Ich bin der beste Autofahrer. Fahrer, meine ich. So, so, so. Okay. Das sind noch mehr Gegner. Ich glaube, die wollen mit mir Stress. Ja, okay. Dann kriegen die auch Stress. Meinetwegen. Warte mal. Das sind die Handlanger. Oh, oh. Nein. Was machst du? Was machst du? Bruder. Spiel doch nicht mit der Waffe. Ah. Mach mir einen Bananen. Nein, Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spiel nicht so. Spiel nicht so. Wenn du so spielst, dann werde ich dich jetzt töten. So, das hast du davon. Oh mein Gott. Ah, nee. Das ist keine grüne Waffe. Oh, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Noch einer. Oh. Weg mit dir. Das war eben nicht deine Runde. Ich dachte, wir... So, wichtig. Ich werde gerade richtig oft eingeladen. Aber wir nehmen gerade Video auf, ne? Okay. Also, wir haben es fast geschafft. So, und wir haben es geschafft. Let's go. Wir haben zwei Schlüssel, aber die bringen uns eh nicht so viel. Weil... Ich sehe kein Tresor in der Nähe, oder? Oh mein Gott. Wir haben in Tilly Towers so ein Zwei-Schlüssel-Tresor. Den werden wir erstmal gleich looten. Vielleicht kriegen wir gute grüne Waffen. Guckt euch mein Inventar an. Digga. Alles nur grüne Waffen. Wie schön das aussieht. Lange habe ich keine Random Skin Challenge Video mehr gemacht. Ich kenne auch, wo ich das erste Mal meine allererste Random Skin Challenge gemacht habe. Einfach 13.000 Aufrufe zur Zeit. Das kann ich mir nicht vorstellen. So viele Aufrufe hatte ich noch nie in meinem Leben. Ach, das waren Zeiten, ne, Leute? 13.000 Aufrufe. 9.000 Aufrufe. 5.000 Aufrufe. 2.000 Aufrufe. 1.000 Aufrufe. Und so weiter und so fort. Vielleicht knacken wir auf diesem Video auch. Vielleicht wieder mal die 1.000 Aufrufe. Das liegt, wie gesagt, alles an euch. Ob wir es schaffen oder nicht. Einfach nur dieses Video liken. Meinen Kanal abonnieren. Und dieses Video vielleicht an eure Freunde teilen. Aber okay. Der ist nicht so schlecht, hätte ich gesagt. Jetzt mischt sich noch jemand ein. Mann. Ey, so schlecht von dem, der sich gerade eingemischt hat. Ich check diese Leute nicht. Die kommen mit irgendeinem LKW. Und holen dich da noch. Was macht er? Er verbrennt mein Haus. Er verbrennt mein Gebäude. Hast du mein Gebäude verbrannt? Oh mein Gott. Ein Hebel, nehmen wir mit. Hast du mein Gebäude verbrannt? Das gibt nur 6 noch. Oh, oh, oh. Er will es. Okay, er ist richtig gut. Das war's mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.